Was war da eigentlich los mit den Jeans in der DDR? Darüber würde ich gern ein bisschen mehr wissen. Nidhosen waren ja ursprünglich Arbeitskleidung für die amerikanischen Arbeiter, aber sie eroberten dann in den 15er Jahren zusammen mit dem Rock'n'Roll die ganze Welt und sie wurden zur bevorzugten Jugendkleidung. Und natürlich war die DDR-Jugend auch scharf auf diese Hosen. Die wollten genauso schick aussehen wie ihre Altersgenossen im Westen. Aber in der DDR gab es die Nidhosen, Jeans, wie man später sagte, nicht zu kaufen. Man konnte sie nur im Westen kaufen und dementsprechend galten sie dann im Osten als politische Provokation. Es war natürlich nicht im direkten juristischen Sinne verboten, aber man konnte großen Ärger bekommen an der Schule oder an der Universität, wenn man mit solchen Hosen erschien. Also ich erinnere mich daran, dass Schüler wieder nach Hause geschickt wurden mit dem Hinweis, sie sollen sich mal was Vernünftiges anziehen und dann erst wieder in der Schule erscheinen. Das änderte sich dann unter Erich Honecker, der irgendwie ein Gespür hatte für die Wünsche der Jugend und natürlich auch der Sache, die politische Spitze nehmen wollte. Als ich dann die Möglichkeit ergab, importierte die DDR im großen Umfang originale amerikanische Levis und der Andrang war also ungeheuer groß unter den Jugendlichen, zumal sie auch recht preiswert waren. Wir lernten dann diese amerikanischen Maße, hier 32, 34 zum Beispiel, aber dann begannen die ökonomischen Schwierigkeiten. Es war dann nicht mehr möglich, die im großen Maßstab zu importieren, sodass die DDR denn zu Eigenproduktionen überging. Sehr beliebt waren Boxe-Jeans, die auch mit importierten amerikanischen Stoff gemacht wurden. 100 Prozent Baumwolle, sehr gut, sehr teuer und sehen eigentlich auch ganz vernünftig aus. Und es wurde dann auch die Wiesent-Jeans produziert, und zwar in den VWB-Bekleidungswerken Templin. Da arbeiteten 400 Frauen in drei Schichten, um täglich bis zu 6000 Stück von diesen Hosen für den DDR-Markt und auch für den Export zu produzieren. Das ärgerte die Levis-Strauss-Company in Kalifornien und sie wandten sich dann ganz formell an die VWB-Bekleidungswerke und regten sich besonders über diese bogenförmige Naht an den Hintertaschen auf und über das aufgenähte Etikett. Das wurde also als Plagiat bezeichnet und es sollte den DDR-Betrieben verboten werden, das zu produzieren. Man einigte sich denn gütlich in dem Sinne, dass die DDR diese Hosen weiter für den Binnenmarkt produzieren durfte. Der interessierte die USA offenbar sehr wenig, aber sie durften nicht mehr in den Westen exportiert werden. So eroberte in den 80er Jahren schließlich die Jeans in verschiedenen Formen den DDR-Alltag, teils als DDR-Eigenproduktion, teils in den Intershops gekauft, teils aus dem Westen als Geschenk mitgebracht und es war keine ideologische Provokation mehr wie in den Jahren zuvor. Sodass dann als 1989 die Mauer fiel, dass ein ausgesprochenes Charakteristikum der DDR war gerade diese Stone-Wash-Jeans, die dafür sprachen, dass inzwischen die DDR westlicher gekleidet war als der Westen. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.